moin moin leute ja wir sind in norwegen wir sind am eidjord haben ein ferienhaus direkt neben der hardager brücke wir haben hier ein echt schönes ferienhaus anfänglich habe ich den kanal ja nur gestartet weil ich ein video geschnitten habe was zu groß war um es per e mail tobi und timon zu schicken genau so ist mein kanal entstanden timon hatte nämlich schon von unserem urlaub hat dann wieder ein video geschnitten und ich hatte zwei lost place videos geschnitten und die wollten wir zeigen den ersten tag meiner wanderung sind meine frau und ich noch mal nachgelaufen es war echt super es gibt auf dieser wanderung vier wasserfälle die sind alle sehenswert und wunderschön die landschaft ist wunderschön aber jetzt will ich euch erst mal ein paar impressionen von unserer wanderung zeigen sie beginnt in kinsawik falls ihr die wanderung nach wandern wollt packe ich euch noch mal den komut link unten in die video beschreibung viel spaß dabei ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018